Willkommen zurück und lassen Sie mich mit den neuesten Informationen des Tages aktualisieren. Sie gehört schon fast genauso fix ins Feiertagsprogramm wie tschechische Märchenfilme, die Helene Fischer Weihnachtsshow im ZDF. Zum siebten Mal wird die Schlagesängerin am ersten Weihnachtsfeiertag durch den bunten Abend führen. Der Sender verspricht ein abwechslungsreiches Programm mit viel Musik, überraschenden Duetten, ganz besonderen Inszenierungen und spektakulärer Artistik. Auch in diesem Jahr bekommt die 35-Jährige wieder allerlei prominente Unterstützung, Andreas Gabalier, 35, Mark Forster, 35, Nick Carter, 39, Roland Kaiser, 67, und Howard Carpendale, 73, werden vor Ort sein. Außerdem werden sich Moderatorin Michelle Hunziker, 42, sowie Comedian Bülentzschelan, 43, zu Helene Fischer gesellen. Eine ganz besondere Inszenierung verspricht der Sender obendrein, Thomas Gottschalk, 69, Heinz Honig, 68, und Mark Heller, 54, werden gemeinsam mit dem Schlagerstar-Szenen aus dem Musical My Fair Lady aufführen. In den vergangenen Monaten war es um die beliebte Musikerin still geworden, sie hatte sich eine Auszeit gegönnt. Umso Sehnsüchteiger dürften sich ihre Fans deshalb auf die Weihnachtssendung mit ihrem Star freuen. Die Helene Fischer Show wird am 25. Dezember um 20 Uhr und 15 Minuten im ZDF ausgestrahlt. Danke, schönen Tag noch!